Herzlich willkommen zu einem neuen Crowdhouse Video. Heute geht es nach einem Solothurn in die Gemeinde Lutherbach. Dort steht nämlich unsere neueste Liegenschaft. Das Investitionsobjekt ist ein Neubau aus dem Jahr 2018. Die acht Wohnungen setzen sich aus vier verschiedenen Grösse zusammen und sind alle vermietet. Schauen wir uns das Ganze doch ein bisschen genauer an. Die Wohnungen haben moderne Küchen mit hochwertigen Gerätschaften von Siemens. Aus dem Wohnbereich kommt man direkt auf den grossen Giebalken mit Blick ins Grüne. Die dreifach verglasten Fenster haben zudem elektrische Storen und ab der Bodenheizung können die Mieter im Winter entspannt ins Gegenschehen. Neben dem modernen Wohnangebot ist auch die Lage ein Vorteil. Die Liegenschaft befindet sich nur wenige Schritte von der Emme und den Ahren entfernt. Zudem ladet der Wald gerade vor den Haustüren zum Entschleunigen ein. Auch am Bahnhof und im Ortszentrum mit Einkaufsmöglichkeiten sowie in einer Post- und Bankfilialen ist man schnell. Ganz in der Nähe liegt auch noch die grosse Gewerbezone von Lutherbach. Dort ist unter anderem die Schaffner Group zu Hause. Sie gehört zu den international führenden Anbietern für elektronische Komponenten und beschäftigt rund 3200 Personen. Gerade im September 2019 hat sie hier in Lutherbach ihre neue Hauptsitz eröffnet. Fleissig gebaut wird auch ein paar hundert Meter weiter nördlich bei der Biogen AG. Die Schweizer Pharmaunternehmer erweitern seine Produktionskapazität und wird hier Ende 2019 einen Standort im Betrieb nehmen, der bis zu 600 Arbeitsplätze arbeiten soll. Neben dieser grossen Wirtschaftskraft vor Ort profitiert Lutherbach auch von der Nähe zu Solothurn. Die Kantonsherzstadt bietet ein breites Kultur- und Bildungsangebot. Ein gut abwundenen Hauptbahnhof und rund 20'000 Stellen. Bis ins Zentrum hat man von Lutherbach weniger als 10 Minuten mit dem Auto und mit dem Zug ist man sogar noch schneller. Über den Anschluss an die Autobahn A5 und A1 ist man auch mit dem Rest der Schweiz gut verbunden. Ich passe die Liegenschaft für Sie noch einmal kurz zusammen. Sie bietet einen hochwertigen Neubaustandort und hat zwei Flüsse direkt vor der Haustür. Dank der starken Wirtschaft in Lutherbach und der Nähe zu Solothurn befinden sich über 20'000 Arbeitsplätze ganz in der Nähe von der Liegenschaft. So überrascht Sie nicht, dass alle Wohnungen in diesem Objekt vermietet sind. Falls Sie weitere Fragen haben, dann steht in der Crowdhouse natürlich gerne zur Verfügung. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und verabschiede mich.